Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Tutorial, in dem ich euch heute eine automatische Hexen- bzw. Redstone-Farm vorstellen möchte. Seit der Minecraft Version 1.21 droppen aus Hexen extremst für Redstone und so könnt ihr mit dieser super einfachen Farm bis zu 4000 Redstone die Stunde farmen. Die Technik hinter der Farm ist dabei denkbar einfach und perfekt für jeden Anfänger in seiner Survival-Welt geeignet. Wir haben einen Spieler, der über der Farm AFK steht und dafür sorgt, dass ausschließlich Hexen hier vorne in der Farm spawnen. Sobald eine Hexe hier auf der Plattform gespawnt ist, wird diese automatisch mit Wasser hier vorne zur Mitte transportiert und landet automatisiert hier vorne in der Minecraft Killkammer. Die Items werden aufgesaugt und landen in der Kiste. Ihr seht, innerhalb von kurzer Zeit bekommt man echt viel Redstone und andere nützliche Materialien. Das Design zu diesem Tutorial ist nicht von mir, sondern von KelpNC und der Link zu ihm ist unten in der Videobeschreibung. Um die Farm nachzubauen, werden nicht wirklich viele Materialien benötigt, besonders keine teuren oder schwer zu bekommenden Items. Ihr könnt an dieser Stelle einmal das Video pausieren, euch die Materialien zusammensuchen und dann geht's schon los mit dem Tutorial. Los geht's mit dem Tutorial, in dem wir im ersten Schritt einmal eine Hexenhütte finden. Diese könnt ihr in den Swamp- bzw. Sumpfbiomen in eurer Minecraft-Welt finden. Solltet ihr den Seed eurer Minecraft-Welt zur Verfügung haben, könnt ihr auch ganz einfach auf die Webseite chunkbase.com gehen. Der Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Dort den Seed eingeben und ihr bekommt dann dort die Position eurer Hexenhütten angezeigt. Nachdem wir dann bei der Hexenhütte angekommen sind, sollten wir sicherstellen, dass sich keine hohen Berge in direkter Nähe unserer Hexenhütte befinden. Ich sag mal so, im Umkreis von um die 100 Blöcke. Der Hintergrund hier ist ganz einfach. Wir wollen, dass nachher alle Monster, also Hexen in der Hexenhütte spawnen, wenn wir am AFK-Punkt stehen und nicht in irgendwelchen Bergen in der Nähe. Eine Position, wie ich sie jetzt für uns heute hier rausgesucht habe, sollte ziemlich passend und perfekt sein. Weiter geht's, indem wir jetzt einmal die Spawning-Plattform für die Hexen bauen. Da müsst ihr jetzt einmal ganz genau aufpassen. Vor allem der Anfang ist wichtig. Wir nehmen als erstes einen temporären Block und setzen den an der Front der Hexenhütte vor den linken Zaun. Nun gehen wir jetzt hier einmal einen Block nach außen und umranden jetzt hier einmal damit verbunden die ganze Hexenhütte. Wichtig ist, dass ihr wirklich im Bereich der Hexenhütte bleibt, denn nur hier spawnen die Hexen. Nachdem wir jetzt die Hexenhütte einmal umrundet haben, können wir diese vollständig abreißen. Ihr solltet nun mit einer Plattform enden, die 7x9 Blöcke groß ist. Wir füllen diese nun vollständig auf. Nun gehen wir an eine der Längsseiten und setzen jetzt hier nochmal 9 weitere Blöcke. Auf jeden Block setzen wir nun eine Trapdoor, die wir direkt öffnen. Die Trapdoors umranden wir nun ebenfalls wieder mit einer Reihe an Blöcken. Weiter geht's, indem ich mir nun einen Wassereimer nehme und hier vorne einmal hinter den Trapdoors den Bereich mit Wasser fülle. Auf der linken und auch rechten Seite nehme ich mir jetzt jeweils weitere Blöcke und verkleide hier vorne diese beiden Seiten, sodass, wenn das Wasser nachher hier fließt, genau vorne an der Kante stoppt. Weiter geht's, indem wir uns nun weitere volle Blöcke nehmen und einmal den Bereich über dem Wasser verkleiden. Nun gehen wir jetzt hier vorne an der Seite einen weiteren Block nach außen, entfernen diesen und setzen jetzt hinter die Seitenwände mit einem Block Abstand wieder eine Reihe an Blöcken. Weiter geht es jetzt mit dem ersten Teil der Redstone-Technik. Dafür setzen wir an beide Seiten einmal eine Reihe mit Tripwire-Hooks. Diese müssen wir nun miteinander verbinden und das einmal hier über die gesamte Fläche. Nachdem nun alle Tripwire-Hooks miteinander verbunden sind, müssen wir das Signal, sobald eine Hexe darin spawnt, einmal weiterleiten. Dazu gehen wir an eine der Seiten, setzen hier vorne eine Reihe mit Redstone hin und verbinden diese mit der Redstone-Torch. Das Signal müssen wir nun hier hinten entnehmen, dafür setzen wir hier zwei weitere Blöcke und leiten das Redstone-Signal einmal bis hier hinten weiter. Wenn nun eine Hexe hier vorne in der Farm spawnt, öffnen sich die Schleusentore und die Hexen werden nach vorne getrieben. Die erste Ebene ist somit fertiggestellt. Wir müssen das Design 1 zu 1 baugleich jetzt noch zweimal bauen, sodass wir insgesamt drei Spawn-Ebenen haben. Eine Ebene bauen wir unten drunter, dazu gehen wir zwei Blöcke nach unten und bauen hier genau dieselbe Plattform und das gleiche machen wir einmal mit zwei Blöcken Abstand oben drüber. Im Ergebnis sollten wir nun dieselbe Technik dreimal übereinander gebaut haben, jeweils mit zwei Blöcken Abstand. Was wir jetzt noch tun müssen, ist einmal an der Seite über den Tripwire-Hooks die Lücken zu schließen, sodass wir nachher in der Farm das passende Lichtlevel zum Spawnen haben. Das müssen wir insgesamt bei beiden Verbindungselementen auf zwei Ebenen machen und nun können wir schon die Farm oben drüber abdunkeln. Dafür nehmen wir uns einen Half-Slap und setzen diesen einmal hier über die gesamte Fläche, die hier entsteht, bis hier vorne zur Redstone-Linie. Nachdem die Half-Slaps oben drauf platziert sind, müssen wir noch verhindern, dass an anderen Stellen des Gebäudes Monster spawnen, wie zum Beispiel hier auf der Rückseite, auch hier einfach hingehen und Half-Slaps platzieren, sodass auch hier keinerlei Monster spawnen können. Weiter geht es jetzt mit dem Aufsammelsystem der Farm. Wir gehen dazu hier vorne an die Front und graben, sofern ihr hier Erde habt, einmal ein 3-Block-tiefes Loch, was einmal die gesamte Fläche an der Front entlang geht. Nachdem wir unser Loch gegraben haben, gehen wir nun an beide Seiten des Loches und setzen jeweils in jede Ecke ein Wasser. Das Wasser treibt hier die Mobs in der Mitte zu einem Mittelpunkt zusammen. Damit die Mobs hier reinfallen können und nicht im Wasser schwimmen, setzen wir hier vorne ein Schild in die Wand und graben hier jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4 Blöcke nach unten. Nun gehen wir nach vorne und schlagen uns hier mal ein paar Blöcke Platz, sodass wir uns hier drinnen bewegen können. Weiter geht es jetzt mit der Killkammer, wo die Hexen quasi zu Redstone Dust verwandelt werden. Die Hexen treiben mit dem Wasser jetzt zur Mitte, fallen hier runter und wir sammeln den Loot hier vorne mit einer Kiste auf. Wir platzieren dazu hier eine Doppelkiste und direkt unter dem Fallloch platzieren wir nun mit Shift-Klick einen Hopper, der in die Kiste zeigt. Auf diesen Hopper platzieren wir nun eine Schiene, die in Richtung Wand zeigt und auf diese Schiene wiederum platzieren wir nun 24 Minecats. Warum 24 Minecats? Es gibt die Maximum-Entity-Regel in Minecraft, das heißt wenn eine Identität über 24 auf einem Block fällt, in diesem Fall die Hexe, dann wird diese automatisch gekillt. Wenn wir jetzt also hier 24 Minecats, also 24 Identitäten platzieren, dann reicht das aus, wenn eine Hexe hier reinfällt, dass diese automatisch umgebracht wird. Also aufpassen und zählen. 21, 22, 23, 24. Damit die Minecats hier nun nicht rausglitschen, setzen wir hier vorne dran einmal eine Treppe, dass wir die Kiste noch weiterhin aufmachen können. Und nun können wir das Ganze hier vorne verkleiden. Ich setze jetzt hier mal einen Tinted-Glasblock hin, sodass ich nachher die Farm in Action sehen kann. Nachdem wir uns mit einer Leiter den Weg nach oben freigemacht haben, um an die Kiste zu kommen, können wir jetzt die Farm an der Front verschließen. Wichtig ist, dass kein Licht reinkommt, das heißt ihr könnt jetzt hier mit Pfeilenblöcken hingehen und einmal die Wand bis nach oben hochziehen. Nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt hingehen und auch hier entsprechend die Half-Slabs nehmen und unser Loch von oben schließen. Die Front ist verkleidet, das Dach ist drauf, wir können die Farm jetzt in Betrieb nehmen. Dafür müssen wir die Minecraft-Spawn-Regel kennen. Diese besagt, dass Monster um den Spieler in einer großen Kugel herum mit einem Radius von 128 Blöcken spawnen können. Da wir natürlich wollen, dass alle Monster in der Farm spawnen und nicht in irgendwelchen Höhlen hier unten drunter oder auf der Fläche nebenan, müssen wir uns ganz, ganz weit nach oben begeben. Um genau zu sein, 120 Blöcke. Wenn wir 120 Blöcke über dem untersten Level der Farm stehen, dann spawnen die Hexen in der Farm, aber auch wirklich nur in der Farm. Das heißt, ihr nehmt euch am besten ein paar Scaffolding-Blöcke, insgesamt 120 Stück und setzt diese so, dass wir jetzt hier 120 Blöcke nach oben gehen. 120 Blöcke über dem untersten Level der Farm angekommen, müssen wir nun die AFK-Plattform bauen. Das heißt, wir umranden jetzt einmalig hier unseren 120 Block Scaffolding-Abstand und gehen hin und setzen über unseren AFK-Punkt nochmal eine weitere Reihe an Half-Slips. Diese sollte verhindern, dass wenn wir hier drunter AFK stehen, Phantome uns angreifen können. Nun sollte die Farm schon laufen. Während der gute iOS 100 hier oben beim Spawn-Punkt AFK steht, sollte die Farm mittlerweile schon gut laufen. Immer zwischendrin sollte hier auf den Spawn-Plattformen die ein oder die andere Hexe oder auch mal ein ganzer Haufen von Hexen auf einmal zusammen spawnen und vom Wasser dann hier vorne in die Mitte getrieben werden. Hier landen sie dann in der Killkammer, werden automatisch durch das Minecart gekillt und der Loot landet dann hier vorne in der Kiste. Selbst nach ein paar Minuten habt ihr schon ne Menge an Loot und auch ne Menge an Redstone. Damit sind wir schon am Ende des Tutorials angekommen. Wenn euch das Ganze geholfen hat, dann lasst mir das unbedingt einmal in Form eines Dankes in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren und natürlich auch dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Zusehen und mit Jesus Zusehen und mit Jesus